Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin's doch! Wer ist denn da? Ich bin Adelmo, der sprechende Monitor. Hallo Adelmo, und was machst du denn so? Ich bin eine für alle frei verfügbare Comicfigur. Echt? Und was bedeutet das? Hahaha, jeder darf mich und meine Zeichnungen verwenden und daraus sein eigenes Adelmo-Video erstellen. Das ist ja super! Und noch besser, wir stellen eine Liste mit allen Adelmo-Videos zusammen. Wirklich jeder kann mitmachen. Und wo erhalte ich die notwendigen Zeichnungen? Hier, über das Online-Blog, in dem ich wohne. Es ist so gemütlich hier. Darf ich die Videos weitergeben, tauschen oder nutzen? Ja, du musst allerdings deine Videos auch unter der Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Die kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. Dann bist du für Schulen und Bildungseinrichtungen ja richtig interessant! Ja, weil keine Lizenzgebühren oder weitere Kosten entstehen. Auch nicht für die private Nutzung. Außerdem können die Videos untereinander getauscht werden. Und alle Videos haben ein vergleichbares Layout. Ich mag dich Adelmo! Hoffentlich wird es bald ganz viele Adelmo-Videos geben! Ich freue mich auch schon sehr auf eure Videos. Macht's gut! Ich bin müde und schalte mich ab. Bis bald! Ich bin müde und schalte mich ab.